Hallo und herzlich willkommen zu meinem 28. Hochzeits-DJ-Blog. Mein Name ist Raiko Geunbaum und ich bin bundesweit tätiger Hochzeits- und Eventlist-Jockey. Am Samstag, den 9.9. war ich im Aspria in Hannover für einen Hochzeitsgeruch. Ich zeige euch in dem Video ein paar Ausschnitte von der Hochzeit, ein Stück von der Location und gebe natürlich wieder zum Schluss mein Grazi zur Location ab. Viel Spaß beim Video! Musik 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 Komm, lass uns nach Hause gehen. Musik 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 Oh, yeah! Cut my life into pieces, this is my last resort You come and dance with me, the smartest thing you ever do is take a chance with me Whatever people's you fancy, girls me and you like Sid and Nancy Oh, yeah, yeah, yeah I see a new horizon, right? And she's back, all right I see a new horizon, right? Hey, baby! Hey, baby! Hey! Das war's. Das war's. Ja, musikalisch hatte ich am Abend die Hand frei, da keine Musikwünsche kamen. Das heißt also, ich habe eine abwechslungsreiche Musikmuschung aus 80er, 90er Shards in Black und House gespielt. Ich hatte sie und da auch mal zwei, drei Schlagertitel oder Oldies wie die älteren. War eine Sauberung beschoben. Ich denke, dass das gepasst. Mein Fazit zur Location. Ja, das Aspria in Hannover ist eine ziemlich coole Hochzeits- und Event-Location. Eigentlich ist es ein Fitnessstudio mit Wellness- und Spa-Bereich und in der ersten Etage gibt es dann ein Restaurant, wo die Hochzeiten bzw. die Events stattfinden. Ihr habt direkt im ersten OG eine Terrasse, von der ihr auf den Maschsee gucken könnt. Ihr habt an der Location auf dem eigenen Gelände einen Bootsanleger. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel zwischen Trauung oder Kaffee und dem Abendessen die Zeit für eine Bootsfahrt nutzen. Kann der Dampfer direkt anlegen. Das ist richtig passend. Das Essen war sehr lecker. Das Personal ist oberfreundlich und total zuvorkommend. Also, ja, passt. Ihr habt keine Nachbarn an der Location. Das heißt also, ihr könnt da richtig Party machen, ohne dass um eins die Polizei kommt und sagt, Mensch, macht mal leiser Zimmer laut Stärke, Party vorbei oder was auch immer. Cool. Also, wenn ihr in Hannover heiraten wollt, schaut euch das Aspria an. Musik zur Hochzeit oder für Events gibt es von mir. Musik zur Hochzeit.